Meine Frage, kann einer mal ein Best-of von diesem Live-Video zusammenschneiden? Geht das so mit meinem Haar? Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, vielen Dank! Du bist die Freizeitpark-Moti. Ja, immer einen neuen Kanal auf, gib mal Freizeitpark-Moti. Abonnier, abonnier, abonnier. Wenn wir schneller machen, dann kommen wir wieder nicht hinterher. Der Boden und das Sofa sind lau. Der Boden und das Sofa sind lau. Wieso? Der Boden und das Sofa sind lau. Ach, scheiße! Der Boden und das Sofa auch, ja, wir müssen aber schneller. Ich will doch mal gucken. So, also, es geht weiter. Ich stehe auf dem Stuhl. Außerdem bist du auf dem Boden, du musst auf dem Teppich gehen. Dann mach mal Platz auf dem Stuhl, ich muss auch auf dem Teppich gehen. Komm, Kuschel, jetzt bleib doch mal auf dem Teppich. Abonnier, ich kann da nicht runter. Ja, warte, 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 warte. Sekunde. Das geht gar nicht auf unserer Feld. Halt mich einfach fest. Juhu! Abonnieren! Abonniert Parkverbot und Kim ist beim Monopol und Funtime Arena. Schenkt ihr mir einen Apfel! Dann kannst du wieder runter gehen. Und gelöscht. Ich hab's gelöscht. Lava ist weg. Meine Güte. Der Boden ist Lava. Geht wieder! Kannst du mal sehen, wie schnell das funktioniert? Alles bis auf dem Tisch ist lau. Das können wir jetzt machen, weil das ganze Equipment steht auf dem Tisch. Er singt ruhig, ihr könnt doch ruhig. Ja, unfassbar ist ihn nicht. Unfassbar, genau. Was kann man noch sehen? Komm, am 19. August im Phantasialand, dann sehen wir wieder. Ist es das Fliegzeug? Ist es das Vogel? Ne, das ist es nicht. Helles Mega Mindy, den er an den Himmel sieht. Das haben die sieben Tage lang gewonnen. Das ist ein geiles Lied. Wie war eine Popstar? Da lief das auch ununterbrochen. Ohhhh. Singt die Tempelmelodie. La 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 la. La 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 la. Was sind nämlich eigentlich all? La 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 la. Ich würde jetzt sagen, zieht die Hosen aus, läuft unter Buchs, rummattert, dann auch noch oder was? Kommt drauf an. Wer schreibt? Wir lassen den Läpschen nachher noch laufen, wenn der Moor still schläft. Oh Gott, was denken eure Nachbarn wohl jetzt? Denn wir haben sogar noch das Fenster auf. Ghost Bastard! Töne Rüste an Kevin. Was für ein Problem? Wen suchen wir denn? Ghostbusters! Renschorts! Sing mal den bei Ohren-Tilesspro. Ja, ich bin schon das Ding. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Okay, also. Seit wann singt ihr den Soundtracks? Ich dachte, ich mach das immer. Ne, wir singen auch immer. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ich find mittlerweile ist das gar nicht mehr ein Ohrwurm. Fanta Alain fragt, ob wir auch Ravetime machen. Ne, wir machen was viel besseres, wir machen gleich Sleeptime. Es sind zwei Minuten, wo wir einfach hier rumsitzen und schlafen. Wir sind ja nicht bei Snapchat. Moment, die Dicke muss man aufstehen. Ich kann mich ja nicht mehr aufstehen. Ich habe acht Kilo Urlaub zugenommen. Aber wir können auch ganz normale Bildern. Ach, der Carsten ist da. Ich gehe mal wieder. Okay, müssen wir auf Carsten. Was war denn unsere Kauern? Pass auf, wir sind ja... Behinder, geht's dir eigentlich gut? Alles bestens! Cool! Ja, was ist denn mit Jonas da hinten eigentlich los? Der ist doch nicht da hinten, der steht nebenan. Ich bin eben hier! Wie hießt du das nicht? So sprechen die miteinander... Kannst du mal ein bisschen lauter reden? Ich verstehe dich nicht. Also so reden die da und die stehen nebeneinander. Der Lars ist da. Der Lars, unfassbar, oder? Jetzt müssen wir auch nochmal singen, oder? Unfassbar, dich zu halten, das ist undenkbar. Halt dich fest und dann lässt du wieder los. Oh, 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 oh. Ah, oh, 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 oh. Es ist ja noch ein Schwische gefallen, das ist so ein Fing. Ja, eine Tür. Nein, eine Tür. Nein, das ist was anderes. Das ist mein Aschenbecher gefallen. Ich brauche. Das werden wir auf jeden Fall machen. Ich hab das gebraucht. Der Jonas hat dich gebraucht. Ich hab die Mutti gebraucht. Die Stimme aus dem Updaten hört gar nicht zu. Ach du Scheiße, was ist das denn da? Was ist da drin? Was ist das? Eine Hornisse. Da ist ja noch eine Hornisse drin, Alter. Ich muss hier weg. Alarma, Alarma. Der Boot ist Lava, der Boot ist Lava. Der Boot ist Lava, wir sind raus. Ihr seid die Coolsten. Ihr seid die Besten. Ich komme. Wir unterbrechen diesen alten Horn. Das ist das große. Was ist weg? Ist es weg? Wir sind im Midney. Wir sind im Flugzeug. Lass doch laufen, damit die tot ist. Gibt noch ein bisschen Wasser nach. Gibt noch ein bisschen Staub. Stell den nach draußen. Stell den nach draußen, die Krabbeln raus. Bei uns ist das so ein Spiel. Wir sind hier gerade live. Wir kommen von MTV Home. Ich würde sagen, wir richten mal in das Studio wieder ein. Nein, dann geht's weiter. Während das Studio noch angerichtet wird, unterhalte ich euch mit einer lustigen... Weiß ich nicht, was mach ich denn? Was kann man denn machen? Pausenmusik. Okay, Pausenmusik. Ich hab so... über ein paar Kornpflezen, lauf die weg und hab die bedenkt mir, das hab ich erst im Kornpflezen. Ich muss das haben, ey. Also heute ja, Freunde, alles ein bisschen anders. Hallo Markus, hallo Vibi. Oh ja, wir haben... Ja, sorry, wir sind gerade nicht so aktiv im Chat. Wir haben gerade einen Raubtiereingriff live hier im Studio aus Deutschland. Live. So, jetzt sind wir aber wieder am Start. Meine Frage, kann einer mal ein Best-of von diesem Live-Video zusammenschneiden? Weil diesen Schreifolk von Peter jetzt gerade ist mit Gesicht dazu und der... Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, der Rettungsaktion der Hornisse, aber... Wir haben ja gerettet. Der Rettungsaktion von uns. Die hat Kornflex bekommen, die haben wir zu essen. Aber die Krabbe deut nach dir dann wieder raus, dann fliegt er bei Moritz. Ja, ich stell den gleich raus. Ja, ich stieb den in dein Zimmer. So, haben sie es jetzt alle gesehen? Wie wir da mit dem Start kommen? So, habt ihr da jetzt einen Tierpark eröffnet? Ja, kann man so sagen. Ich bin da. Du bist der geilste Ort der Welt. Du bist unser Leben und alles was zählt. Hier an der Playa sind wir nie allein. Mallorca, da bin ich daheim. Du... 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 Zehn... Neun... Acht... Sieben... Sechs... Fünf... Vier... Drei... Zwei... Eins... Drei... Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Sleep Time. Papier... Hier. Papier... Hier. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Untertitelung des ZDF, 2020 Danke schön. 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 Danke schön.